Servus Leute und herzlich willkommen zu meinem ersten Video und zwar bin ich heute am Ochsenkopf unterwegs. Viele werden mich vielleicht von Vikings Awesome kennen. Ich mache jetzt hier auch mal so ein bisschen einen kleinen Kanal. Einfach bloß ein bisschen so schnittmäßig zu testen und ein paar einzelne Videos von mir bloß. Dann würde ich sagen, let's go! Oupsala 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 Uffa Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Dann bis zum nächsten Video Ich schätze mal, wir werden die nächste oder übernächste Woche auf jeden Fall noch ein, zwei Videos machen können Und ja, dann haut rein, ciao